Servus und herzlich willkommen zu Call of Duty Modern Warfare. Das neue Update ist da, mein Name ist Tag Koffel und wir probieren direkt Gun Game aus. Denn der nette Modus Waffenspiel ist wieder da und wir holen uns direkt einen Win und schauen, wie sich das Ganze so spielt. Geil, die erste Runde Gun Game in Modern Warfare und es ist Aschia Cave Nacht. Da freut sich das Spielerherz. Er hat so eine RMP. Äh, schon wieder. Danke. Endlich. Ja, geil. Hier mit der Pumpkan rumzurennen ist auch nicht geil, aber jetzt ist er endlich weg. Oh, Gott sei Dank. Ja, Mann. Geht doch. Jo, blutrünstig. Sind nur noch drei Kills hinter. Das heißt, wir können aufnehmen, äh, aufnehmen, aufholen. Wir können es mit der Lobby aufnehmen. Boah, ja. Ja, wechsel die Waffen noch langsamer. Gott sei Dank ist das Ding weg. Oh. Und der MK2 ist natürlich sehr nice. Ich bin der Erste. Hitmarker und von hinten. Jawohl. Es ist ein 7,25. Oh Gott, nee. Gott sei Dank. Die ist weg. Wir haben es geschafft. Ich bin eins dahinter. Komm, ich will das jetzt gewinnen. Danke. Gib mir den Kill. Da ist der Erste. K98. Ja, alles um mich herum. Ich komme mir vor, als wäre ich immer mittendrin. Aber wir sind jetzt Erster mit zwei Kills Vorsprung. Das ist gut. Aber die K mit Laser zu spielen ist absolut behindert. Pistole ist am Start. Komm schon. Der hat die letzte Waffe. Den müssen wir töten. Ich will mal einen abstauben. Oh Gott. Letzte Waffe. Ja. Soll ich jetzt mit Messern Kill machen? Wurfmesser ist die letzte Waffe. Ich bin so dumm. Ich habe gedacht, ich muss die Messer an. Ich habe das voll vergessen. Ich muss die nur Wurfmessern. Go. Mann. Ich habe die Runde verloren, weil ich vergessen habe zu Wurfmessern. Okay, Petrograd. Bei Tag. Das ist angenehm. Erster auf X16. Ich habe hier schon Gold. Also wissen wir, wo es lang geht. Wir werden direkt hier längs laufen. Ich denke, dass da direkt auf der anderen Seite jemand steht. Okay, da steht rechts neben mir einer. Das war natürlich doof. Meine 50 Chance. Rechts oder links. Und wieder kriege ich die Pistol-Kills geklaut. Und das jetzt wieder so anfängt wie eben. Oh, lol. Danke. Gott, ist die AK so komisch. Jo. Nein, ich bleibe so oft an Dingen hängen, wenn ich nach dem Schuss weglaufen will. Ja. Ich wollte gerade sagen, aber der stirbt einfach nicht. Danke. Och. Kommt da raus. Mach mal den so platt. Hehe. Kommt hier bitte jemand? Kommt hier. Nee. Muss irgendwie in die Pumpkin-Reichweite kommen. Danke. Oh Gott. Jo. Dann kommt noch mehr. Oh, lol. Oh mein Gott. Oh Gott. Danke. Hm. Blutrünstig. Wir haben das Messer. Wir haben den letzten Kill. Und diesmal weiß ich, dass es das Wurfmesser ist. Oh Gott, da ist er. Nein. Oh, der ist auch bei der letzten. Oh, das wird schon wieder so knapp. Du Arschloch. What? Nein, schon wieder. Oh Gott. Auf einen Meter Entfernung. Da steht ein Rücken zu ihm. Dabei haben wir noch so geil aufgeholt. Okay. Letzte Chance. Ich muss danach auf die Arbeit. Also ich will jetzt gewinnen. Ich möchte gewinnen. Ich starte mit einem Revolver. Vielleicht ist das ein gutes Zeichen. Vielleicht aber nicht. Ich weiß, wenn ich jetzt hier hochgehe, rüber gucke, dann kommt man da hin. Aber wenn ich da hin gucke, dann kommt man da hin. Also 50-50 mal wieder. Lassen wir das Glück entscheiden. Lull. Der hat genauso wenig gezeigt, wie ich. Danke. Jo. Der hat mich hart gewundert. Oh. Im Moment feiere ich das sehr, dass die mir alle entgegenkommen. Jo. Ja, da war jemand. Ach, komm. Ich höre ihn die ganze Zeit. Aber wir haben 7-0 gestartet. Das ist in Ordnung. Das gibt Hoffnung, dass wir es jetzt schaffen. Okay. Ich nehme nur einen Kiff vorne. Na, wenn du einmal, wenn du einmal draußen bist. Jetzt habe ich wieder meine Lieblingswaffe. Scheiß RPG, da ist der Abzug festgerostet. Da links ist einer. Ja. Ich habe ihn nochmals gesehen. Ich habe einfach auf Verdacht geschossen. Der klaut mir wieder. Da haben wir hier eine Uzi mit. Ja. Die Fernkampf-Uzi. Man kennt sie. Die Fernkampf-Uzi. Der Ball hat ein Divisier hier auf die Waffen. Danke. Danke. Er sitzt immer noch da oben. Ja. Immer hoch. Wow. Blutrünstig. Vorletzte Waffe. Der gammelt wieder da oben rum. Wollt ihr mich verarschen? Letzte Waffe. Letzte Waffe. Da drin ist er. Nein. Wo bin ich denn jetzt gespawnt? Am Arsch der Welt schon wieder. Ja, der macht wieder den Last Kill. Wo, 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 wo ist ein Gegner? Mann. Da ist einer. Gott sei Dank. Und zweimal habe ich so blöd verkackt. Schade eigentlich. Aber bis auf den Raketenwerfer macht Gun Game definitiv Laune. Danke fürs Zusehen. Haut rein. Und probiert den Modus selbst aus. Aber bitte kämpft nicht so hart. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020